so willkommen bei football tactics in glory folge weiß ich leider nicht genau ich weiß nur wir sind der fc grünwald in der zweiten saison spielen wir aktuell in der vierten liga sind da sogar tabellenführer nach elf spielen 22 spieltage haben wir in der liga heute ist aber prestige pokal spiel angesagt ist so eine art dfb pokal für die unteren klassen dritte vierte und amateurliga heute das hinspiel und außerdem noch unser heimspiel gegen kämpft in der nächsten folge wird dann das rückspiel kommen aufstellung habe ich in der letzten folge schon gemacht gehabt was soll ich sagen die vier leute in der abwehr plus torwart drei stürmer plus ein offensiven mittelfeld spieler und ja müssen wir sehen ob wir unser durchsetzen können wir nur eine viertliga mannschaft gegen eine dritte liga mannschaft wir in den heimtrikots und ja kong 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 erst mal auf kong du gehst mal in position und wir probieren es erstmal mit präzision ok ok sechste minute kong geile sau jawohl acht rücker freut sich auch so chemnitz liegt hinten aber das ist ja erst das hinsch torwart geile sau neben unser libro hat den ball kong rückt selbstständig nach vorn wir probieren es mit dem langen pass da sparen wir aktions punkte ok wie bitte er hat kontrolle 56 ihr habt sie doch nicht gott grätsche probieren wir es mit grätsche echt nicht gut was wir hier machen rings dass die so viel verteidigung haben er wird rausgehen bei den leuten 20 wir gehen mal auf krüger er nimmt mir natürlich den ball ab ist klar aber die recht kreuzen die jetzt absichtlich nein wir haben ball die verteidigung kontrolle 30 hat es mal in frinks kommen rings so macht mal pressing so damit ist ein kontrolle wert reduziert er versucht uns einfach im zweikampf den ball abzunehmen und scheitern gut eine aktion hätten wir noch zimmermann wie kriegen wir dich hier wieder hin scheinbar gar nicht krüger so das sieht eigentlich auch geil komm machen wir es so jetzt geht ja aus verdammt was hat der hacken trick hat der 11 meter links rechts rechts mitte au verdammt linke seite auto heilige sechs dreißigste note du schießt mal auf neben so neben hat den langen pass muss scheiße hatte ein schuss dahinter hätten wir noch weil wir die gefunden 38 nichts riskieren nichts riskieren 40 pass oh 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 okay du versuchst den pass vielleicht wird es ein torschuss bitte jawohl das war ein torschuss guter versuch jetzt nimmt mir den ball ab die 45 minuten sind rum das wird nichts mehr vergesst leute glück gehabt glück gehabt kong du geile sauer hast ein torschuss noch mal ganz kurz neben bisschen energie gelassen aber das wird das wird das wird ja nichts wird 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 also wir hatten verdammt viel glück bisher gehabt dem spiel soll ich nochmal mit meinem verteidiger rausgehen warum hat er so viel scheiß kontrolle immer man ich 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 grätschig kommen geht es mal klappt und wir haben eine aktion bekommen dafür kommen ist schon vorgerutscht das heißt wir können auf rings eine aktion über 23 kommen dann machen wir mal den kopf gewaltschuss damit ist jetzt auch die zeit zugestellt aber übrigens hat den ball noch mal zurückbekommen verdammt jetzt ist der ball weg der wird sich jetzt auf ball stellen oder nein okay geil abgefangen lasst man unser neuer hält hat kopfball nix pass 24 probieren wir zwei aktionen eine hierhin eine aufs tor ja zeig was du kannst 64 präzision präzision verdammt immer noch 10 0 gegen chemnitz das ist aber erstes hinspiel wird es noch zu einem rückspiel kommen verteidigung leute 21 metzler besser verteidiger bisher dahinten ist kompressing zorn metzler jemand stückchen rüber fangen wir mal ab okay und soll lieber opas auf zimmermann am ball und behält den ball auch gott sieht es aus normal was 123 muss auf himmel ein schuss hierhin einer dahin einer aufs tor 0 metzler bitte einmal wie sieht es aus zweikampf nicht gut bitte bitte jawohl gott sei dank 91 minuten hier passiert nichts mehr machen wir in luft pass nach vorn auf krüger und damit ist das spiel zu ende 1 0 gewonnen in spiel prestig pokal ich bin mehr wie zufrieden bester man jawohl der handmann metzler und konzert kommen der glaube dass zu geschossen hatte ja und drei upgrades um mittelfeld universal mittelfeld spieler ein mittelfeld spieler kann seine mannschaft mehr qualmerkmale kann sich mit oder ohne ball zwei felder bewegen in einer geraden linie hümmel hummel 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 komm hast nicht wüsste wo der steht es ist schon geil und sich mit oder ohne ball zwei felder bewegen kommt mittelfeld universal der ist 19 das brauchen wir länger das brauchen wir länger gott das war eine schwere entscheidung zentrales mittelfeld mittelfeld zwei felder zentrales mittelfeld 20 prozent für das attribut pässe geil ok er kann auch pressen und kann sich ohne ball zweifel zentrales 28 gut haben wir dann auch noch ein paar tage eventuell wobei momentaner wert ist ja billig und frings mal schauen frings soll mittelfeldspieler werden amateur mittelfeldspieler kann sich zwei felder ohne ball bewegen 18 sehr gut junge aus dir wird was fertigkeiten passend links du wirst unser topmann verspreche ich dir so ticketverkäufe war ausverkauft 5505 bekommen wir im prestigepokal mehr geld für die eintrittskarten ein ruhm für die tordifferenz für den pokal auf das pokal spielt drei und weil der gegner stark war wahnsinn hier wir bekommen ja richtig viele punkte so das war das hinspiel ich guck mal kurz und man ist sogar dabei metzler auch okay dann mal vergessen aus bauten wir haben 82 pünktchen das heißt wir ich glaube in meinem torwart muss ich mich bald trennen da gehe ich mal direkt in einen neuen torwart trainer so ein schwein gehabt noch kurz die briefe lesen hoch hat pass in den freien raum gelernt nicht aus assistent tisch pokal ok dann gucken wir mal kurz im training ok ok du trainierst natürlich weiter pass in den freien raum so krüger der hätte sogar noch sein zweites talent hier und transfers ab 1 4 vor wir gucken mal schnell taktik können wir glaube so lassen ich war da ganz zufrieden mit so na egal beenden wir erstmal die folge hier tschüss und schau bis zum nächsten mal bei b b